Was haben wir denn vorbereitet? Ah ja, bitte. Okay, bis hierhin erst mal, also zwischen Ihnen beiden hat es schon geknistert. Mir hat da irgendwas gefehlt. Sein Verliebtsein kommt nicht wirklich rüber. Nochmal. Aber jetzt will ich die Liebe in Ihren Augen sehen. Er hat was. Ja, aber er kommt nicht richtig aus sich raus. Und bitte. In die Füße atmen. Ein Comedy-Roman von Marc Welte bei Kiepenheuer & Witsch. Danke. 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 Danke.